Guten Morgen, 6 Uhr morgens muss ich aufstehen und mache mich auch relativ schnell fertig, weil ich um 7 Uhr schon in der Klinik sein muss. Ich mache mich eigentlich im großen Badezimmer fertig, aber den letzten Schritt, Haare, Föhn und so weiter, das mache ich hier im kleinen Badezimmer, weil oben, gleich neben dem Badezimmer, schläft die Elisa und dann wäre der Föhn ein bisschen laut. Das ist hier unten nochmal so ein kleiner extra Föhn. Den stelle ich euch mal hier hin und dann gucken wir mal, wie sich der Jusus fühlt. Hoch konzentriert, die Frisur ist sichtig. So, da lehnt. Seid ihr verrutscht? Ne, das war auch schon so. So, für die Haare, Gel, habe ich so ein Gel hier und das ist mir aber immer noch zu fluffig. Also ich habe kein richtiges Gel, sondern das ist so eine Art Wachs. Brauche ich auch nicht so viel davon. So, dann streiche ich das ordentlich und weil das immer noch zu nass ist, muss das meistens noch ein bisschen trockener noch. Und jetzt dann tue ich es in die Haare. Ich mag es, wenn es nicht total gerade ist, sondern ich mag es, wenn es so ein bisschen verwuschelt ist. Also eigentlich sieht meine Frisuren immer so, dass ich ein bisschen verwuschelt bin, aber ordentlich verwuschelt bin. Dass man sieht, dass es gemacht ist und nicht gerade erst aufgestanden. Das kommt schon ungefähr sehr nah, was ich mir dazu für heute für die Beauty und es vorgestellt habe. So, jetzt bin ich aber hübsch, aber richtig so. Jetzt wird das noch ein bisschen fixiert. Ja, das war jetzt so meine Beauty-Routine heute Morgen. Ich weiß jetzt nicht, was man noch so zeigen kann. Jetzt kommt noch die Mascara und die Grundierungscreme und was man sonst noch braucht als Mann, um schön zu sein. Das zeige ich euch aber jetzt nicht. Das sind Geheimnisse. So, jetzt müssen wir leise sein. Aber ich kann ja ein bisschen Licht anmachen. Licht ist ja nicht laut. Ich muss jetzt noch ganz schnell meine Tasche packen. Nancy und ich arbeiten ja immer noch sehr, sehr lange abends. Ich liebe es ja morgens hier durchzugehen. Gerade im Sommer. Nein. Jetzt bin ich mit der Tür unten gegen die Steinmauer behauen. Multitaskingfähig bin ich dann damit nicht. So, jetzt muss ich mich gleich ein bisschen beeilen. Durch das Vloggen bin ich etwas unwesentlich in Verzug geraten. Also das ist die Musik, die darf ich glaube ich gar nicht zeigen. Das ist Titan After Earth. Das ist ein uralter Kinofilm. Aber die Musik ist genial. Moin. Das waren die Nachbarn. Die muss man immer brav grüßen. Den Warte bitte. Dankeschön. Kragen nochmal ordentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Patienten in einer Stunde. Sportlich, aber das schaffe ich. Aber nur mit einer Klasse Kaffee. Ich muss den Chefarzt der Radiologie nochmal anrufen. Und als nächstes rufe ich dann die Patienten rein. Und dann heißt es jetzt erstmal Sendepause bis nach der Visite. Jetzt sage ich auch einmal Hallo. Justus hat dich ja heute Morgen schon begrüßt. Wir dachten, wir machen heute mal wieder so einen Doppelvlog. Weil der letzte kam doch sehr gut an bei vielen. Und deshalb machen wir das heute wieder. Kannst mir auch mal schreiben, ob ich auch nochmal so einen Doppelvlog mit Johann oder Klara machen soll. Habe ich mir gedacht, vielleicht wäre das auch mal ganz witzig. Was kann ich erzählen? Also Johann und Klara sind gerade in Kindergarten und Schule. Und Elisa ist gerade in ihrer Spielgruppe. Das heißt, ich habe wieder sturmfreie Bude. Aber nicht lange. Der Countdown läuft jetzt. Ich habe nur noch zwei Stunden und dann muss ich Elisa auch schon wieder abholen. Ich wollte heute einfach ein bisschen aufräumen zu Hause. Die Deko einmal abhängen von Jorans Geburtstag. Ich glaube, das wird doch langsam Zeit, dass das mal wegkommt. Sonst hängt das doch in drei Jahren hier rum. Für den nächsten Geburtstag, genau. Da kann ich ja schon mal hängen lassen. Ja, nur ein bisschen aufräumen allgemein. Einfach ein bisschen haushalten. Nicht meine Lieblingsaufgabe, aber das muss nun mal auch sein. Ich habe hier sogar noch mein Frühstücksbrötchen liegen. Ich hole mir jetzt immer ganz gerne morgens vom Bäcker so ein Körnerbrötchen. Ich liebe ja solche dunklen Körnerbrötchen. Aber wie man sieht, ich habe es nicht angerührt. Ja, morgens kriege ich immer noch nichts runter. Aber so zwischen morgens und mittags kriege ich dann doch langsam Hunger. Und dann esse ich das meistens doch. Aber die Kinder haben gut gefrühstückt. Deshalb werde ich hier auch einmal alles aufräumen. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Komm, starte den Tag mit Aufräumen. Ich hole mir einmal mein Tablett. Da haue ich dann alles drauf. Und dann muss ich nicht tausendmal laufen. Guck mal. Das hat hier seine Gabel vergessen. Stimmgabel heißt das doch, oder? Heißt das Stimmgabel? Wie macht er immer? Ja, es brummt im Kopf. Aber ich glaube, er hat mehrere davon. Komisch. Guck mal, da kann man auch sowas einstellen. Hier ist mein Tablett. Muss ich auch mal wieder sauber machen. Bisschen schmutzig. Eigentlich kann ich mein Brötchen noch hier liegen lassen. Das kann ich dann später noch essen. Ach so, ich wollte noch was sagen. Also dieser Tisch hier, unser Essenstisch, der ist ja relativ neu. Ich finde ihn auch nach wie vor ganz hübsch. Aber ich weiß noch damals, als wir gesagt haben, wir wollen uns so einen Glastisch kaufen, haben ganz viele gesagt, mach das bloß nicht. Glas ist immer so kalt. Es ist immer so laut. Und ja, es ist halt, man sieht halt alles. Also jeden Krümel, jeden Patschefingerabdruck. Man sieht einfach alles. Und am Anfang wollte ich das nicht wahrhaben. Da fand ich ihn trotzdem schön. Habe hier immer schön geschrubbt. Aber mittlerweile finde ich ihn auch einfach total laut. Allein schon, wenn man einfach so ein Glas trinkt und dann wieder zurücklegt. Das ist total laut. Hörst du das? Und wenn hier fünf Mann sitzen und essen mit Gabel und Besteck hier zum Beispiel, das ist furchtbar laut. Und was mich auch ein bisschen stört, ist halt diese Ritze hier. Weil Elisa macht das total gern hier bei sich. Einfach die Finger, die matschigen, angesammelten Essensfinger hier reinzustopfen. Und dann, ja, komme ich da aber nicht so gut rein mit meinem Waschlappen. Das ist halt auch immer so ein bisschen hygienemäßig vielleicht nicht so toll. Also es könnte sein, dass wir vielleicht bald doch nochmal einen neuen Essensstisch kaufen. Ohne Glasplatte drauf. Vielleicht wirklich nur so einen Hölzernen. Das weiß ich aber noch nicht. Das müssen wir uns nochmal überlegen. Weil, ja, den haben wir auch gerade erst geholt. Elisa hat heute auch einen Joghurt gegessen. Deshalb ist es hier besonders matschelig alles. Ich glaube, das tue ich doch nicht drüber. Aber wer weiß, ob ich heute wirklich noch frühstücke. Wustecke muss ich auch mal aufräumen. Habt ihr auch so eine Wustecke? Irgendwie liegt dann hier immer so viel rum, was hier alles nicht hingehört. Geschubbt wird auch wieder mit meinen Bambustüchern hier. Da habe ich ja einmal hier diesen dicken. Der ist für die Vorarbeit. Und danach habe ich noch den hier. Der ist zum Trockenwischen. Da wird das alles streifenfrei. Richtig toll bei so Glasflächen. Und ich brauche auch nichts anderes. Also ich brauche kein Spüli oder irgendwelche Sprühsachen. Sondern das reicht wirklich einfach mit Wasser. Kriege ich alles sauber. Also diese Tücher waren auf jeden Fall eine gute Investition. Falls du nach was Gutem suchst, das wirklich chemiefrei ist. Putzen, putzen, putzen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. So eine Parallele. Der Mann ist bei der Arbeit. Weil, aber die Ehefrau zu Hause sitzt nicht nur rum und dreht Däumchen, sondern hat auch ordentlich was zu tun. Hier ist Elisas Platz. Da sieht man ganz gut hier diese Patschehändchen. Die kriege ich damit ganz gut weg. Einfach hier drüber gehen. Jetzt versuche ich hier in die Ritze irgendwie reinzukommen. Aber das ist echt schwierig. Ihre Fingerchen sind dann doch ein bisschen dünner als meine. Und wie man sieht, da kommt sie hin. Aber ich nicht mit meinem Lappen. Stuhl nochmal so schnell. Handfeger und Kerbler. Ich muss gleich auch noch her. Da hat sie heute und morgen nämlich mit ihrem Joghurt gekleckert. Ich werde jetzt übrigens einmal nur die groben Krümel mit Handfeger und Kerblech einmal hochnehmen, weil ganz viele mich auch letztens gefragt haben, warum ich nicht einfach einen Staubsauger benutze. Also die groben Krümel nehme ich immer so hoch. Gerade so diese großen, die Elisa einmal so fallen lässt. Und den Rest werde ich dann wegsaugen. Und dann werde ich sie nochmal durchwischen. Und mein Kerblech habe ich eben auch nicht gefunden. Deshalb habe ich jetzt so ein Spielzeug Kinderkerblech genommen. Ach, hier ist auch noch ein Krümel. Den nehme ich auch noch mit. Tschüpp, tüpp. Es ist bereits viele Stunden später. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, zwischendurch zu vloggen, weil meine Kollegin ist krank geworden. Das heißt, ich bin heute wieder alleine hier. Und dann ist alles ein bisschen noch aufwendiger, weil dann alle Patienten, die sie auch betreut hätte, dann natürlich bei mir landen. Jetzt habe ich kurz Mittagspause. Ja, Mittagszeit heißt für mich, dass ich jetzt meinen Smoothie trinken sollte. Und irgendwas Gesundes, anderes. Aber ich habe den Smoothie leider zu Hause vergessen. Leider. Es gab mit der Kantine jetzt nichts anderes als Brötchen mit Würstchen, weil das Mittagessen habe ich auch verpasst. Jetzt ist es schon 14.30 Uhr. Hallo? Ja, das ist das, was dazwischen kommt. Immer mal wieder. Mittagessen habe ich natürlich verpasst. Das heißt, ich konnte nur noch in der Kantine so die Reste essen. Kittel muss ich auch ausziehen, denn es wird langsam heiß hier drin. Ich wurde gerade eben auch gefragt, mir geht es gerade so schlecht. Draußen ist es so heiß und dann werde ich rot und schwitze. Da wusste ich nicht ganz genau, wie ich das behandeln soll. Mit einem Kalkgetränk vielleicht, aber das hatte ich zurzeit nicht zur Verfügung. Und diese Erkrankung ist offensichtlich ansteckend, denn das habe ich gerade auch. Also ich bin in der Kantine gewesen und habe gesagt, ich hätte gerne was zu essen. Und herausgekommen ist ein leckeres Brötchen mit Ketchup und Senf, ganz wichtig. Und zum Nachtisch ein Smoothie, immer noch in Kuchenform. Und oben sind die noch nicht ganz püriert, die Himbeeren mit Gelee und einer feinen Buttercreme zwischendurch. Also ich weiß, wie man sich gesund ernährt. Ich habe keine Gabel. Gut, man kann ihn ja auch so essen. Taschenmesser. Ein guter Oberarzt hat immer eine Gabel dabei. Und ich bin ja nicht zu Hause, das heißt erst der Kuchen und dann das Würstchen. Schmeckt wie ein Smoothie, nur anders. Ich muss parallel ein bisschen weiter arbeiten. So, das dauert einen kleinen Augenblick, bevor viele ganz resultiert haben. Und dann geht es auch gleich weiter. Das dauert ein bisschen viel. Das dauert ein bisschen viel. Ich bin ja nicht zu Hause. Und dann geht es auch gleich weiter. Und dann geht es auch ganz gut. Jetzt wollte ich einmal die Deko abhängen. Ich glaube, ich brauche einen Stuhl. Die meisten sagen, ich soll nicht mehr auf diese Schwingstühle stellen. Okay, dann nehme ich jetzt einen anderen Stuhl und nehme jetzt diesen Hocker hier. Der reicht aus. Ich habe hier einen Doppelknoten gemacht. Ich habe einen Doppelknoten gemacht. Warum? Okay, ich brauche eine Schere. Jetzt stelle ich mich doch auf den Stuhl. Schwingstuhl. Das ist ja immer nichts passiert. Die Luftballon-Deko ist jetzt ab. Das liegt jetzt an der Seite in der Ecke. Das müssen wir leider noch zum Platzen bringen, damit wir die auch wegschmeißen können. Dann die hier werde ich natürlich nicht wegschmeißen. Die sind dann für den nächsten Geburtstag, wenn wir wieder in Silber dekorieren. Da habe ich schon so meine Box mit Dekoartikeln. Da kommt dann doch einiges zusammen. Kann man immer wieder verwenden. Das ist das Gute daran. Ja, jetzt komme ich gerade von einem Einsatz, der nicht so schön gewesen ist. Manchmal muss ich als Arzt Sachen machen, die ich persönlich niemals machen würde, aber die ich formal richtig machen muss als Arzt. Das kommt zum Beispiel vor bei älteren Damen oder Herren, die dement sind oder bei Kindern. Wenn die manipuliert werden, das ist wirklich ganz schlimm. Das geht mir meistens auch sehr nah. Das ist nicht so gut für mich, glaube ich. Naja, aber Gott sei Dank hält sich das in Grenzen und ich muss das nicht so häufig machen. Jetzt geht meine Arbeit erstmal hier im Büro weiter. Und jetzt muss ich erstmal das, was ich eben gerade getan habe, in den Computer eintippen, damit das auch jemand sieht, dass ich es getan habe. Sonst fragt mich jeder, was machen Sie denn so den ganzen Tag? Herr Doktor, kann ich sagen, ich schreibe immer tolle Texte. Ich genieße das ja, dass ich mit diesem Handy immer eine Verbindung habe zur Familie. Das ist für mich etwas echt Tolles. Und das mir immer wieder Bilder schickt von den Kindern und praktisch wie sie im Garten gerade irgendwas machen. Das ist immer auch sehr motivierend, wenn man hier gerade so ein bisschen Durchhänge hat. So, das war es auch schon mit meinem Arbeitsalltag. Wobei die richtig spannenden Sachen kann ich natürlich nicht zeigen. Also die Arbeit am Patienten selber, denn kein Patient will wirklich selber gefilmt werden. Schade, dass ich euch den Fall heute nicht zeigen kann, das mit dem Kind. Das wäre sehr interessant gewesen. So bleibt das persönliche Highlight heute der Kuchen. Und der war gar nicht so schlecht. Schau mal, wer wieder da ist. Wo versteckst du dich in der Familie? Johann hat heute... Eine Geschichte geschrieben. Oder hatte ich gestern als Hausaufgabe... Ja, Johann hatte gestern als Hausaufgabe auf, eine spannende Geschichte zu schreiben. Das hat er gemacht. Ich war gestern total beeindruckt schon von seiner Geschichte. Jetzt hat er es heute vorgelesen in der Schule und alle waren ziemlich begeistert. Und sogar der Klassenlehrer hat gefragt, ob er es wirklich selber geschrieben hat. Ich konnte das gar nicht glauben. Willst du das einmal vorlesen, Johann? Ein bisschen dramatische Geschichte. Ein bisschen dramatisch. Es ist super dramatisch, die Geschichte. Warte mal, ich stell mal die Kamera hier ab, dann kannst du das vorlesen. Achtung, nichts für schwache Nerven. Das Duell gegen die Skelette. Eines Tages wachte ich nicht in meinem Zimmer auf, sondern in einer Höhle. Er sah sich um. Wo sind die Menschen hin? fragte er sich. Da hatte er einen Gang gefunden. Ist zehn Schritte gelaufen? Da hörte er ein lautes Stampfen. Da sah er eine riesige Armee von Skeletten. Da rannte er schnell weg. Aber ein Skelett hat ihn gesehen. Alle Skelette folgten ihm. Auf dem Weg sieht er ein Feuerschwert. Er nahm... Warum denn? Das Feuerschwert und dann sind die Skelette stehen geblieben. Und seitdem befolgern sie jeden Befehl. Ich bin beeindruckt, Johann. Ich habe schon gesagt, Johann könnte auch später vielleicht ein Geschichtenschreiber werden. So gut wie fest war. Vielleicht werde ich das ja auch. Und ich finde das total spannend. Mami war richtig so mitgerissen. Ja. Voll gemacht Johann. Also ich finde das echt toll. Ich muss sagen, früher in meiner Schulzeit, da war ich nicht so kreativ mit Geschichten. Johann hatte sogar gestern Abend schon so richtig Spaß und war da richtig dabei, die Geschichte zu schreiben. Wollen wir mal zeigen dein Fahrrad. Da ist ja jetzt ein Korb dran. Wollen wir mal erklären, wofür das ist. Dieser Korb. Wollen wir mal den... Dann fahre ich mal eine Runde um das Haus mit dem Schulranzen da drin. Ja. Oh, hier ist ein Paket angekommen. Der Pumpt wurde gar nicht geklingelt. Achso. Ich hatte was bestellt bei der Apotheke. Ich brauchte wieder so ein bisschen Nachschub an Sonnencreme. Hier ist Johanns Fahrrad. Den Korb hat er ganz neu bekommen. Ja. Hat Justus auch schon dran gemacht. Denn der ist für... Johann, zeig mal. Für dein Schulranzen. Ja. Also ich fahre jetzt immer mehr mit dem Fahrrad zur Schule. Komm, zeig mal. Tu mal rein. Schulranzen sind nämlich immer ganz schön schwer. Ja. Aber passt perfekt. Uh. Oh. Jetzt müssen wir es erstmal festhalten. Ja, das Schulranzen ist echt immer sehr, sehr schwer. Ich weiß gar nicht, was für Steine du da einmal drin hast, Johann. Wie kommt das? Müssen wir einmal wieder ausmisten. Ja. Dann fahr du mal eine Runde, ja? Johann dreht jetzt eine Runde ums Haus. Ja, es ist soweit. Johann ist jetzt groß. Er ist acht Jahre alt. Und er hat selbst beschlossen, dass er gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren möchte. Ich habe das ja immer so vor mich hergeschoben. Ich habe immer gesagt, nein, es geht nicht, weil es gibt hier keinen Fahrradweg. Und der Weg ist auch ziemlich unbeständig und gefährlich auch an ein paar Ecken. Aber ja, was soll ich machen, ne? Jetzt hat er diesen Wunsch geäußert. Jetzt haben wir ihm einen Fahrradkorb gekauft. Und wir haben uns auch zusammengeschlossen mit einer anderen Mami, die auch hier in der Nachbarschaft wohnt. Dass er dann zumindest nie alleine fährt, sondern immer mit dem anderen Kind zusammen. Und dass auch immer ein Erwachsener erstmal mit dabei ist. So habe ich zumindest für den Anfang ein gutes Gefühl. Irgendwann werden sie es natürlich selber machen, den kompletten Weg. Aber jetzt wollen wir erstmal noch ein paar Monate mitfahren und uns abwechseln. Also manchmal fährt sie komplett hin und wieder zurück. Und manchmal mache ich es. Ich versuche es zumindest mit dem Abholen, weil hinbringen ist immer für mich schwierig. Weil ich ja auch noch die Klara habe und die Elisa habe. Und die muss ich ja auch noch zum Kindergarten weiterfahren. Johann dreht schon. Jetzt ist er schon wieder rum. Ist das so eine dritte Runde? Jetzt fährt er gerade ohne Helm, aber zur Schule fährt er natürlich immer mit Helm. Ist das jetzt die fünfte Runde, Johann? Ja. Hast du noch nicht genug? Ja. Dann nimmst du jetzt doch die sechste. Johann hat gesagt, super, 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 super. Hast du den Spagat geschenkt? Spagat kann ich auch nicht so. Aber kann fast ein Spagat. Hallo? Wir müssen nochmal drehen, Mädels. Wir müssen drehen. Oh. Ich habe jetzt beide Mädels hinten im Auto. Klara und die Hanna ist auch wieder mit dabei. Genau, die beiden besten Freundinnen. Ich fahre die beiden jetzt wieder zum Training, zum Balletttraining. Justus ist auch schon wieder da. Er passt jetzt auf auf Johann und Elisa. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.